So, dann wollen wir mal rein. Das ist eine Kampfansage, ne? Ja. Tun wir das? Ja. Kampon! Kampon! Stimmt. Jetzt wird mir das Spiel wirklich mehr geschehen. Hey, We Love Go und wir kommen bei We Love Go, wo wir im Golf liegen werden und so. Ne? So. Das ist ein Spiel, ne? Ich bin ein bisschen lustig, wo du es habt ja in Japan, eigentlich. Oh. Ich weiß aber, ich kann wirklich nicht. Das Problem ist, es ist kein Spiel da. Jan, Yuki, Tony, Nero, Arnie, 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 Jan, Baby, Arnie, Jan, Baby, Arnie, Jan. Du kennst die Spiele, ja? Du, ich nehme, wir nehmen dann. Ich kann auch mit, äh, ah, da ist ja sogar mein Roplin noch. Das ist gut. Das ist gut. Und woher, Frogman, kannst du auch nehmen. Okay. War das ernst? Ja, ich mache das jetzt ernst. Ich nehme, ich nehme, ich nehme, Wata, Wata, weißt du was? Ich kann nicht, ich zeige dir jetzt was ganz, ganz witziges. Ja. Wenn du, äh, welchen, wen du dann nimmst, musst du ja später entscheiden, wenn du nie haben möchtest. Ja, gehst du. Gehst du jetzt noch zwei, wenn du nie haben möchtest? Okay, zwei. Okay. Äh, jetzt noch auf eins Körper, ne? Ja. Ah, jetzt, ah, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist, ah, okay. Du kannst leider keine Frauenkörper für Rokurida machen. Das wollte ich nehmen, ist das ärgerlich. Das war mir klar, dass du es wartest. Ah, das hast du die Pose nicht, hast du gerade gesehen? Rokurida! Ja, okay. Wo bist du das, bist du das? Dann, äh, äh, nehme ich. Let's go, hm? Let's go, yeah. Ich war nicht lästig, ne? Da hab ich drauf am Fenster, gerade. Text weg. Ja, du bist rechts. Okay, das ist gut. Passt auch so. So, machen wir dann. Ne, das nicht, ne? Von mir aus normal ist, aber... Ja, ja, ja. Matchspiel. Skinsmatch, was auch immer. Sieger hätte durchgelockt, oder... Nein, nehmen normales Spiel, glaube ich, sind wir. Mal ist... Ich muss jetzt zu mir, ich hab's nicht so lange gespielt, also du hast jetzt nicht wirklich viel freigeschaltet. Ähm, etwas Sommerliches oder Dumpeles. Aber das nehmen das eine mit dem toten Kopf. Ach komm, nee. Ja, nehmen wir ein... Sommerliches Schöne... Ja, das ist doch schön. Wie immer. Wie immer. Äh... 8,12, 8,13 Uhr, was auch mal... Passt ja an. Machen wir mal volles Match. Machen wir mal volles Match. Machen wir mal, gucken wir mal, ob das hinkriegt. Wie ist das so, wie in Rond redet denn hier? Das ist ein Problem, wie? Wie ist denn? Holy shit! Ich weiß nicht, ich bin da gerade wirklich zum Schießen. Warum haben wir jetzt die blöden Mies eigentlich genommen? Ich weiß es nicht, weil wir Spaß daran haben. So. Steuerrucks. Äh, ja. Das ist unser Werterguide. Boah, halt ein Reboot. Schnauze. Äh. So, Super B, rückhalten von der Kamera. Steuerkreuz machen. So. Äh, toll. Wenn du die B-Remote nach oben reißt, kannst du sie dann so... Ah, Vogelperspektive, das ist natürlich sehr angenehm ist. So. Mal kurz... Ja. Das war nur ein Übungsschlag, aber... Das kann man machen. Mal kurz... Ja. So, das ist also hier... Mehr so Timing, ne? Okay. Okay, und dann vorher mal das mal... Gedrücktheiten einfach ausholen. Ne, du musst B-Gedrücktheiten machen. Also wenn du ausholen möchtest und B-Gedrücktheiten... Ja? Das Ganze für den gesamten Schlag. Ah, okay. Und wenn ich wirklich ausführen möchte... Dann... Ah. Ja? Uh! Misha! Misha! Start! Eigentlich dachte ich schon, das hat so... Tolle Animationen, wie bei... Frühgott, Panja und so. Jetzt bist du. Okay. Ich will drauf achten, dass du mein Video noch nicht in den Fernseher schmeißt. Ach, oh. Moment. Bitte, bitte. Brauchst dich festzuholen, nur drumherum. Ja, aber wenn wir hin und her gehen, dann wird das ein bisschen doof. Das dauert. Ich will mal versuchen. Also Übungsschlag ist ohne alles, einfach nur. Ne, ich halte B-Gedrück im Übungsschwung. Also, du steht dort oben. Kannst du nicht lesen. Ach so, okay, warte jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, warte. B-Gedrücktheiten. So, jetzt je nachdem, wie weit du zurückschwingst... ... kannst du halt bestimmt, wie viel Power du kriegst. Genau. Okay, jetzt hätte ich es verstanden. Gut, dann mache ich jetzt meinen ernsthaften Schlag. Ja. Würde ich mal sagen. Sir. Das ist wirklich was. Oh, zu früh. Der war ein bisschen... Guck mal, die V-Revoke ist auch total entdeutscht von dir. Mein Gott. Was? Ich glaube, du bist normal dann. Echt? Oh, war ich nicht so weit. Ah, ich werde schon. Oh, das nervige Ding ausschalten? Ja. Ne, Mist. Was? Also, die Hilfe brauche ich nicht. Die kriege ich von dir. Von meinem Gegner. Schnauze. Oh, super. Jetzt sehe ich mehr. Wo ist denn das Loch? Das da, wo der blaue Punkt ist? Ja. Kann ich die... Ah, ich kann die auch kürzer an mir schlagen. Jo, kannst du... Das ist natürlich schlau. Na gut. Ja, der war so stark. War egal. Das ist wahrscheinlich die Empfehlung vom Schlag. Ah, okay. Aber jetzt verstehe ich nicht, wie das gemeint ist vom Spiel her. Ähm... Beachte auch beim Schlagen, dass du je nachdem, wie du den V-Revoke anwinkelst... Auch eine Andrehung, ja. Das war ein bisschen kurz. So, dann gucken wir mal. That was bad, that was bad. Ach, was. Ist das so ein typisches Spiel, das mit Bordeaux verpassen will, dass ich heute Abend nicht schaffen kann. Nur in seinem Moment. Hier. Nein. Nein ! Ich glaube es nicht ! ледs? Die Menschen von Swingeries schaffen... Die sind krass ! Die Musikvideos, das finde ich krass ! Was ist denn das für Menschen eigentlich ? Nerds ! Leute dieいや sind zu berechnen . Echt ? Du kennst wrote your sagecam ticket ! Meinst du? Ja, das misskontest du mal. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich weiß nicht, ob es eine Weile nicht mehr spielt. Ich kann aber so in diesem Tempo weiterspielen, beziehungsweise wenn es dann nur auf einem Video ist. Das ist in Ordnung. Ab einer bestimmten Stelle werde ich sowieso nicht mehr... Ernst spielen. Au! Wer hat jetzt? Jetzt kommt ein Patera. Das kann ja nicht schwer sein, oder? Oder mach ich dann wieder was rein? Das hab ich über Cave Story 3D auch gesagt. Das musst du auch wieder nach unten zeigen. Wenn du bereit bist. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass... Das war jetzt nicht... Nein! Moment! Das war nicht ihr Ernst, oder? Doch! War's zu schwach? Juck! Das ist nicht euer Ernst! Oh, scheiße! Ja, geht doch! Oh, oh, wow! Oh, wow! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das könnten doch nur 9 Löcher liegen sein. Ja, können wir das mal ändern? Ja, nee, nee. Wollen wir das mal ändern? Ach, Mensch, wir packen mal das. Ach, was? Ach komm, wir ziehen das jetzt durch ohne Übungsschläge. Genau. Ab jetzt ein Tag. Ab jetzt Hardcore! Ab jetzt spielen wir Hardcore. Hardcore-Hardcore-Holfen. Wir spielen ohne Übungsschläge. Hä? Männer! Hä? Und auch nicht so großartiges Ändern. Wir spielen... Ja, 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 ja! Ah, verdammt! 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 Fosana. Wie immer. Nein! Oh, dir passiert dasselbe Mensch. Könnt's nicht sein. Oh, du bist doch noch weitere Kinder. Do it! Do it! Ha! 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 Du änderst... Gibt's nicht auch so'n Charakter irgendwo? Okay, hier kann ich nicht viel falsch machen. Doch! Mach voller Power! Das wär falsch. Paul. 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 Boss. Ich brauche schon wieder viel in Englisch. Er hat's gelernt, er hat's gemacht. Naruto! Und Sasuke! Und... Sakura! Wow! Super schlafen! Wie hast du das denn gekriegt? Das timing perfekt ist oder was? Nee, wenn du mal herausholst und dann... Timing auch noch perfekt. Ich bin voll auch so. So, Moment. Wir machen hier mal ganz kurz Pause und dann geht's im nächsten Teil weiter. Nehmen wir ein Video und so weiter und so fort. Danke. Danke.